The Ecolite wird in Deutschland am 5. Juni 2024 mit zwei Episoden-Premiere feiern und in der Star-Wars-Ära der Hohen Republik spielen. Der erste Trailer zu der Serie bot einen Einblick in die Geschichte der Serie und deutete eine finstere Verschwörung gegen die Jedi an, während die Hüter des Friedens und des Lichts mit der möglichen Rückkehr der Sith rechnen müssen. Da die Geschichte von The Ecolite eine deutlich düsterere Variante von Star Wars verspricht, sind viele neugierig, welche Charaktere in der Serie auftauchen werden. Während Amendla Stanburgs May als die titelgebende Sith-Akolytin gehandelt wird, könnte es sein, dass andere, mächtigere, uralte Sith-Charaktere in der kommenden Serie auftauchen werden. In diesem Zusammenhang werden Fragen zu zwei der ikonischen Sith-Lords von Star Wars aufgeworfen und ob Darth Bane oder Darth Plagueis in der Geschichte von The Ecolite auftauchen könnten. Wie und ob das möglich ist, erfahrt ihr jetzt hier im Video. Aber noch kurz etwas in eigener Sache. Von allen Zuschauern meines Kanals haben nur knapp ein Fünftel von euch meinen Kanal abonniert. Wenn ihr meinen Content gut findet, dann würdet ihr mir mit einem Abo meines Kanals absolut weiterhelfen und ich wäre euch sehr dankbar dafür. Trotz der von The Ecolite versprochenen Sith-lastigen Geschichte sind weder Bane noch Plagueis offiziell für Auftritte in der Serie bestätigt. Interessanterweise gibt es derzeit keine offiziell bestätigten Sith-Charaktere für die Disney-Plus-Serie. Lediglich Stanburgs oben erwähnte May wird in der aktualisierten Star Wars-Datenbank als potenzieller Bösewicht aufgeführt. Daher ist es derzeit keine Garantie, dass Sith-Lords wie Bane oder Plagueis im The Ecolite auftauchen werden. Was jedoch nicht verhindern wird, dass Theorien über die beiden dunklen Charaktere aufgestellt werden. Bane und Plagueis sind zwei der kultigsten Sith-Lords aus Star Wars Legends. In den mittlerweile nicht mehr kanonischen Geschichten haben beide eine umfangreiche Hintergrundgeschichte, die sie zu zwei der mächtigsten Sith-Lords des Franchise machten. Durch Disneys Einstufung dieser Geschichten als Legends wurde jedoch ein Großteil ihrer Geschichte aus dem Star Wars-Kanon entfernt. Während einige Elemente diese Charaktere wieder in den aktuellen Kanon integriert haben, haben sich viele gewünscht, dass mehr Details enthüllt werden und die Charaktere einen Auftritt im The Ecolite erhalten. Obwohl es mehrere Gerüchte und Theorien über Darth Plagueis gibt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Darth Bane in The Ecolite auftaucht. Der Grund dafür liegt in der Platzierung von The Ecolite in der Star Wars-Zeitlinie. Die Serie wird etwa 100 Jahre vor Episode 1 die dunkle Bedrohung spielen, was bedeutet, dass Bane 900 Jahre vor Beginn der Serie in der Zeit der Alten Republik lebte. Diese Zeitlinie macht Banes Erscheinen als lebendes Wesen unwahrscheinlich, obwohl es eine Möglichkeit gibt, dass er anwesend sein könnte. In der Animationsserie The Clone Wars erschien Bane Yoda in einer von der Macht durchdrungenen Vision. Da es im The Ecolite um das erste Auftauchen der Sith-Mächte in der Galaxis seit Banes Niederlage geht, könnte es gut möglich sein, dass Bane in der Serie in einer ähnlichen Vision wie im The Clone Wars einen kurzen Auftritt hat. Abgesehen von dieser zugegebenermaßen unwahrscheinlichen Möglichkeit, wird Bane wahrscheinlich nicht in der Serie auftauchen. Ganz anders sieht es dabei Darth Plagueis aus, dessen Auftauchen schon deutlich wahrscheinlicher ist. Der sagenumwobene Sith-Lord, der der Meister von Palpatine war, wurde für die Serie nicht direkt bestätigt, aber die oben erwähnte Zeitlinie könnte perfekt passen, damit Plagueis eine Rolle in der Serie spielt. Palpatine war in Episode 1 die dunkle Bedrohung 52 Jahre alt, was bedeutet, dass die Figur 84 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren wurde. Verkulite findet 100 Jahre vor der Schlacht von Yavin statt, also etwa 16 Jahre vor Palpatines Geburt. Wenn man also davon ausgeht, dass Palpatine etwa im Alter von 20 oder 30 Jahren begann, von Plagueis die Wege der Sith zu erlernen, wäre es möglich, dass der letztgenannte Sith-Lord zur Zeit von Verkulite etwa 60 oder 70 Jahre alt war. Das würde bedeuten, dass er alt genug war, um Palpatine in den Wegen der Macht auszubilden, bevor sein Lehrling ihn ermordete, wie in Episode 3 die Rache der Sith erwähnt. In Anbetracht der langen Lebensdauer der Moons in Star Wars, also der Rasse, der Plagueis angehörte, könnte es durchaus möglich sein, dass der Sith-Lord in der Serie auftaucht. Leider sind das natürlich alles nur Spekulationen und wir müssen bis zum Release der Serie warten. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ansonsten wären wir jetzt auch wieder am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, dann holt das jetzt sehr gerne nach. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Zusehen und bis zum nächsten Mal.